Ja, und damit begrüße ich euch zum nächsten Infovideo des Rhein-Ruhr-Nachbaus. Ja, und wieder mal starten wir in Düsseldorf Hauptbahnhof. Und ich habe vieles für euch. Wer den Livestream nicht gesehen hat, der ist hier bei dem Infovideo genau richtig. Denn ich habe die Strecke Richtung Neuss Hauptbahnhof vollendet, bis Neuss Hauptbahnhof. Was gerade noch in Bau ist, ist die Strecke von Neuss Hauptbahnhof Richtung Dormagen, wo dann RE6, RE7 und die S11 dann enden. Und ja, schauen wir uns das Ganze doch mal an. So, wie gesagt, hier haben wir Düsseldorf Hauptbahnhof. Und wenn wir dann hier Richtung Süden gehen, sehen wir nun hier die zwei S-Bahn-Tunnel, die dann unter dem Gleiskonstrukt hier unten durchgehen. Und hier hätten wir dann auch schon die S-Bahn-Haldestelle Düsseldorf-Friedrichstadt, die ja direkt hier nach dem Bahnhof kommt. Hier sehen wir auch gerade eine S8 reinfahren. Und was ich auf der Strecke Richtung Neuss wirklich beachtet habe, ist die Signalsetzung, zumindest bis Düsseldorf Hamm. Und ja, falls ihr euch mal später bei Mitfahrten wundert, es ist dort wirklich so. Also wenn man hier aus Düsseldorf rauskommt, haben wir hier ein Flügel-Vorsignal. Ja, dann fahren wir hier weiter in diese enge Kurve rein. Und dort sehen wir dann ein Licht-Vorsignal-Wiederholer. Ja, ich glaube sogar zwei. Und dann kommt wieder ein Flügel-Hauptsignal. Das ist wirklich so dort verbaut. Und da habe ich dann auch wirklich darauf geachtet, dass es auf dieser Strecke so stimmt. Das war mir sehr, sehr wichtig. Ja, also wie gesagt, hier Düsseldorf-Friedrichstadt. Da kommt direkt dahinter natürlich Düsseldorf-Bilk. Alles als Mittelbahnsteige und mit den Assets vollbracht. Und ich kann mal kurz einschalten. Und ich habe hier sogar für die unterschiedlichen S-Bahn-Linien unterschiedliche Haltepunkte eingesetzt. Hier gerade sehen wir die S28, die ja den Lint betreibt. Ne, Entschuldigung, den Talent. Die kurze Spitzkehre. Und dann einfach damit nicht die ganzen Züge dann hier am Bahnsteigsende halten. Weil ich habe dann auch wirklich in Videos gesehen, dass gerade diese kurze S-Bahn auch wirklich dann bei der Bedachung anhält. Das war mir dann wiederum auch sehr wichtig. Ja, gehen wir nun weiter. Das ist nun Düsseldorf-Völklinger Straße. Und wenn wir dann noch weiter gehen, sind wir dann hier in Düsseldorf-Hamm. Gar nicht wundern, ich glaube, ich baue auf den zwei noch ein Dach hin, weil hier unten drunter verläuft eine Straße. Und von dieser Straße kommt man dann sozusagen hier auf den Bahnsteig. Das werde ich, wie gesagt, noch schauen, wie ich das umsetze. Hier sehen wir den Bereich des Hammer-Güter-Bereichs, sage ich es jetzt mal. Da wird später eine Güterlinie enden und auch wieder losfahren. Natürlich auch ein bisschen Rangierbetrieb. Da muss ich mich noch ein bisschen informieren, ob das Ganze wirklich mit Oberleitung oder ohne Oberleitung ist. Da habe ich noch keine detaillierten Infos darüber gefunden. Wer aus dieser Gegend kommt, kann mir auch gerne in den Kommentaren Bescheid geben, ob dort Oberleitungen verbaut sind oder nicht. So, hier sehen wir gerade den Calstorm Valeria Lind als zweiteilige Version, den jetzt normalerweise die Gesellschaft Vias übernommen hat bei der RB39. Diese Lackierung gibt es leider nicht oder noch nicht, sagen wir mal so. Und deshalb habe ich da DB-Fahrzeuge draufgesetzt. Kommen wir nun weiter zur Hammerbrücke. Wer die Hammerbrücke kennt, der weiß, dass man diese Brücke nicht in Transportfieber nachbilden kann. Ich habe mich für diesen Weg entschieden. Die mittleren zwei Gleise habe ich hier über die Kölner Hohen-Sollern Brücke geleitet. Und rechts und links habe ich nochmal extra eine Brücke gezogen. Ich finde, dass es zumindest mal einigermaßen umgesetzt ist, um die Hammerbrücke nachzubilden. So, kommen wir nun hier zu diesem Bahnsteig, der mitten in der Kurve hängt, wo ich immer den Namen vergesse. Das ist nämlich Neuss Rheinparkcenter. Wie gesagt, die ganzen S-Bahn-Haltestellen ausgeführt als Mittelbahnsteig und hier natürlich dann auch realisiert. So, kommen wir nun schon Richtung Neuss. Hier haben wir dann noch Neuss am Kaiser. Und kommen dann nach am Kaiser so langsam dann Richtung Neuss Hauptbahnhof. Und dort hat gestern der, oder besser gesagt nicht gestern, am Mittwoch der Livestream gestartet. Und das war wirklich Friemel-Arbeit. Vor allem muss man sich überlegen, ja, die S-Bahn-Strecke geht hier unter den vier Gleisen durch und dann nochmal unter diesem Gleis. Das war schon wirklich Bastelei. Also bis man da wirklich den genauen Winkel und die genaue Höhe hatte. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Hier geht es dann nachher weiter Richtung Norden. Das Ganze habe ich noch nicht fertig gebaut. Und hier natürlich, was auch noch fehlt, ist der riesige Neusser Güterbereich. Da kommt natürlich auch noch dazu. Und da werden auch sicherlich die ein oder andere Güterlinie dann auch enden. Und ja, das wäre sozusagen mal die nördliche Einfahrt von Neuss. Und schauen wir dann hier mal weiter. Hier sehen wir dann den, naja, für euch noch sehr langweiligen Neusser Hauptbahnhof. Und der ist wirklich so. Das heißt, hier in der Mitte ist dann das Bahnhofsgebäude und ich glaube sogar noch ein paar andere Gebäude. Und das werde ich dann natürlich auch dort reinbauen. Das war wirklich sehr interessant, das zu bauen, weil ich wusste eigentlich nicht, welchen Abstand ich nehmen soll. Ich habe jetzt einfach mal irgendeinen genommen. Mal schauen, ob wir das vielleicht noch umbauen müssen. Und auch hier werden natürlich wieder jeden Bahnhof gebaut mit den Bahnsteig-Assets. Weil sonst, ja, wie willst du sonst hier noch die Weiche mitten im Vorfeld reinkriegen? Oder im Bahnhofsbereich. Das geht mit den normalen Bahnhöfen eigentlich gar nicht. Ja, auch hier die Bahnhofsvorfelder sind angelegt an das Original. Da könnt ihr dann gerne mal, ja, ein bisschen nachschlagen. Also wirklich, das geht hier dann auf drei Gleise und geht dann wieder auf vier. Hier kommen dann noch ein paar alte Gleise hin. Die habe ich jetzt noch nicht verbaut. Die kommen dann aber natürlich später noch. Ich glaube, eine Weiche habe ich dann rausgelassen, weil die einfach nicht mehr hingepasst hat. Auch hier das Abstellgleis mittendrin ist, glaube ich, im Normalfall nicht in Benutzung. Ich habe es jetzt einfach benutzt, um die S28 enden zu lassen, weil meine Karte, also die Karte hört hier einfach auf, die würde normalerweise dann hier am Kartenrand dann noch nach oben Richtung Karasee fahren. Aber dann habe ich mir doch einfach überlegt, okay, ich lasse die hier enden, lasse die aufs Stumpfgleis fahren und lasse die aufs andere Gleis wieder auffahren. Und das sieht dann wenigstens noch ein bisschen realistisch aus. Wo ich natürlich auch einen Kompromiss eingehen musste, war diese Wendeschleife mit Bahnsteig. Denn ich kann natürlich nicht die Regios hier enden lassen und kann die auf dem äußersten Gleis wieder wegschicken, weil das einfach vom weichen Bau in Neuss nicht geht. Deshalb musste ich zum allerersten Mal so eine Wendeschleife herhalten. Und da ich später die Mitfahrten der Regios auch sicherlich nur bis Neuss mache und nicht durch die Wendeschleife, weil es bei den Mitfahrten einfach schrecklich aussieht, werde ich hier große Häuser hinpacken, damit man das hier von dieser S-Bahnstrecke, diese Kurve, dass man das nicht wirklich sieht. Und das ist noch wirklich mein Ziel dahinter, dass ich irgendwie diese Schleife verdecke. Dann sehen wir hier noch die andere Ausfahrtrichtung Neuss. Hier der Abgang der RB39 Richtung Bettburg. Das endet dann hier in Neuss-Holzheim, weil dort einfach auch meine Karte aufhört. Dann sehen wir hier nun die Strecke Richtung Köln. Neuss-Holzheim und da bin ich gerade noch am Bauen. Hier haben wir Neuss-Süd, dann wirklich eine schnurgerade Strecke. Hier haben wir North und das habe ich noch vor ein paar Stunden noch gebaut. Dann haben wir hier diesen Knick und dann geht es hier Richtung dem Neubaugebiet Neuss, Heiliger Allerheiligen. Da ist dann wirklich hier ein riesiges neues Wohnbaugebiet und ich habe mir den Regionalbahnhof als Asset rausgemacht, weil das sonst einfach wieder mit der Brücke und mit den 140 Metern, die ich ja normalerweise bloß für die S-Bahnen brauche, einfach nicht gehen würde, auch vom Platz her. So wie ihr hier seht, hier habe ich Dormagen platziert, ist natürlich falsch, weil dort unten, wo der Bahnhof platziert ist, dort soll Dormagen hin, wo dann auch die, wie gesagt, die S6 und die S7 dann enden. Hier dazwischen kommt noch ein Bahnhof. Und ja, ich denke mal, das kann sich schon sehen lassen. Also, wenn ich die, wenn ich die so weg mache. Es war wirklich sehr, sehr spannend und interessant, diese Strecke zu bauen, weil sie doch sehr viele Kurven hat und sehr viele Geschwindigkeitsänderungen, vor allem auch wegen den Kurven. Also, das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ja, da ist natürlich so eine gerade Strecke mal kurz in 20 Sekunden gezogen. Aber hier muss man dann wirklich gucken. Ja, teilweise, weil wir auf dem oberen Gleis haben wir 90, dann haben wir hier 80 und hier haben wir dann noch 70. Das ist halt alles von den Geschwindigkeiten her passt. Weil ihr wisst ja, ich lege da großen Wert drauf. Aber ja, ich habe es größtenteils geschafft. Wie gesagt, das ist im Grunde das Endprodukt. Es ist nicht wirklich geografisch richtig angeordnet. Ich habe es nun einfach an die Möglichkeiten und an die Kartenmöglichkeiten angepasst. Wie gesagt, ich hätte gern Neues noch ein bisschen weiter in der Karte drin gehabt, aber dann hätte das Ganze hier mit der Unterführung nicht geklappt. Also, ich bin auf jeden Fall zufrieden. Wenn ihr das auch seid, dann könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben oder auch natürlich ein Like da lassen. Dann sehe ich, dass es euch gefällt. Und dann würden wir uns im nächsten Video wiedersehen oder im nächsten Livestream. Macht's gut. Bis dann. Ciao.